So, hier bin ich durch Halle GE, dass da so nah dran ist der Berghof. Also ist jetzt noch Halle in Westfalen gemeint oder ist es dann Halle Bälleitsch? Also da mal hier sind wir in Bälleitsch, welche zurzeit neun sich denn. So, der Vorsche Gottschütze hat natürlich null Freunde, null Kumpels, null Freundinnen, null Kumpelinen. Schon damals haben sie mir gesagt, besonders die stellvertretende Direktorin, die also wieder normaler Tick war, könnte ich da dann mal zeigen, wie X, ne FX im Facebook, weil es X hoch 12 ist, ja, ähm, das wird ja, die sind ne null, die sind ne null, die sind ne null. So, wo ist jetzt hier der Stempel vom Sonderbeauftrag, denn von, ja, Attenbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit, das so kundzutun, aber ganz schön angerichtet, tja. Keine Ahnung. Also wirklich gerade die deutsch-kürkischen, 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 deutsch-dankgarnischen, deutsch-kandularistischen und deutsch-senitalistischen Hauswarte, Hausmeister, in Sonderbeauftragung, in Teilbeauftragung, äh, du darfst, äh, wegen Krüttel, äh, dann können wir auch alles in Halle, in der Natur. So stimmt das auch, ja, Max Liebermann, oder Lübmann, ja, ich weiß ja, hier, ich weiß schon, wie, und, äh, die Liege, ich weiß ja, also da muss ich jetzt aber, wie ich da mal ganz oben beim Beirat von der Beauftragung und irgendeine Menschen, ja, Bürgermeisterin, Bürgermeister, nur in der Öffentlich-Rechtlichen Sprechstangehörner haben. So, schützen und genießen, weil ich nun mal vorstück, wenn Schütze hier heißen müsste, in Halle, oder Halleischen, fühle mich natürlich gleich angesprochen, also ich ziehe lieber dann eine schachische Marke vor, welche, darf ich Ihnen natürlich nicht sagen, ich darf ja mal wegen Werbung hier, äh, Schwarzarbeit, also ich setze mich dann trotzdem noch für Artenschutz ein. Irgendwann hing er mal irgendwo, irgendwas, äh, liebenschein, wie es wäre, äh, ich hab's die Brille nicht auf, was steht da, ist immer 50 Euro steuerfrei, oder, äh, äh, ne, MB High, es geht Internet, all die Teig, die eh nicht kommen, ich entschuldige mich im Voraus, das Güsse, dann ist schon wieder ein Karl-Marx-Stadt, äh, mit dem wir im Jahr 2016 kennen jetzt, ist gemeint, oder, kennen es, ja, sich kennen, um den Friseur zu gehen, in diese Sachen, also in Halleischen schon wieder, in der Ludwig schon mal wieder ans Räge zieht, ja, wir müssen auch noch Esperanto lernen, aber, mein Gott, Fußballer, Zeichensprache, Kuppen, äh, äh, Schnecken, und Zuhörn weg wollen, oder irgendeine Teilveränderung, wie auch immer, im Vergangenheit. Und was ist dann hier wieder was für eine Nacht? Ach, ja, nach Antien-Selter, dieser Zeit, erste Sekunde, erste Verschütze, in Weltklasse, 1.1.2 steht da so weit, bis jetzt, ich bin es vor allem im Reichstraum, aber es ist mir das immer schwierig, an welchem Standpunkt man das da reisen geht, so, ich war schon in der Hand, war ja dieses, dieses, und jetzt dieses Zeichen zu zeigen, also das ist das Zeichen der Standort, Leipzig Innenstadt, man hat sich erstmal für die Ringlösung entschieden, ja, also hier zum Beispiel, ja, der Ringlösung, so, ne, das ist dann wirklich die City, das ist jetzt auch nicht mehr die City, das ist eine Innenstadt, das wir so beachten, und Bu zeigt jetzt nur dieses Zeichen an, wo wir jetzt sind, das kann ich nämlich verfahren, weil ich aus der Wohnung der 7.11, als altbriefes Felge kann, Sie sind hier, Mensch, ist das so was von nett, das mir auch selbst, mir hinzuklären, also, jetzt noch das Elferbecken, also, wenn jetzt irgendwie hier zu Nacht Neuseeland kommen will, jetzt nicht bei Australien, sondern bei Leipzig, dann muss man dann doch ein bisschen dann, naja, wieder zurückfahren, und dann ein bisschen Richtung Süden dann, ja, das war jetzt wieder ein unflätiges Zeichen, muss jetzt noch gesperrt werden, also, da, für die Damen und Herren, als im USE-Wengi-Bereich.